Musik 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 Und Action In den A.A.A. Studios Was heißt das so? Access All Area Studios bei Nils Völker Und nehmen heute für unser Album Infantasia ein paar Gastmusiker auf Und wir starten ganz wunderbar mit einem Dudelsack der anscheinend auch Sänger ist Wenn ich gerade höre Kein Ja T dried Tän 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 Was Jetzt hören wir mal gleich, warum bei jeder Vorstellung mit einem Nudelsack das Stimmen mit drin ist, weil es dauert. Wenn ich vielleicht auf dem rausgebe, weil das nämlich immer so ein bisschen blöd ist. Und wenn er noch Dam 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 mitspielt, also bis zum Ende des Kurses. Da würde ich dabei schon was gedacht haben, nicht? Ja, schon klar, aber wenn du das A zum Schluss noch mitnehmen würdest, wäre das auf jeden Fall ein schöner Abschluss. Aber das kannst du gerne so machen, finde ich gut. Ich kann noch kurz, ich wusste jetzt noch nicht, wie lange ich ihn am Schluss halten würde. Das war jetzt ja noch. Ja. Das muss jetzt trennen. Das ist nicht fies. Was? Kannst du dich zu mir hören, die Stimmen stumm schalten? Was? Kannst du dich zu mir hören, die Stimmen stumm schalten? Nee, aber jetzt muss ich auch sagen. Muss eigentlich auch stimmen. Kannst du sein nehmen? Ich habe nicht. Aber er war super. Ja. Hammer Take! Wir sind gerade bei dem Song Pictures, bei den Streicheraufnahmen mit Vanya Brinkmann und er spielt gerade wie Bratschein und anscheinend ist das ziemlich nicht so geil. Aber es wird. Und wir haben schon ganz schön viele andere Streicher eingespielt, die richtig geil geworden sind. Und es liegt ja auch nicht an Vanya, wenn das so nicht so geil liegt. Es liegt an mir. So ist es. Oder an der blöden Tonart. Es wird auf jeden Fall sehr cool. Der war ziemlich super. 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 Und da rein. Nicht zu mir und nicht zur Seite, sondern in das Mikrofon. Okay? Ja? So, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Das dauert alles noch eine Sekunde. Und da rein. Und da rein. Und da rein. Bis bald. Ein Kinders NHS, Buckle Towar. Auf jeden Fall. Wie ב Happiness, Boardwalk. Und da rein. whoOOK W certainly mit B fois mehr. Bis zum nächsten Mal.